Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Höfbergmann in der Psychiatrie. Was, du bist in der Psychiatrie? Nein, die Folge ist in der Psychiatrie. Immer klingelt das Telefon, wenn man es nicht braucht, aber das hat Pech gehabt. Das muss jetzt einfach warten. Das war perfekt. Naja, der hat Suizidgedanken hier. So, ich hole mal das Holz hier weg, äh, das Stroh hier weg. Ah ja, Stroh ist Holz, ah. Du hast ja dich noch nie versprochen. Nö, nö. Nö, bist du perfekt, nö? Ich bin ja gut, also von daher. Hm, was? Das habe ich gehört. So. Ähm, ich gucke mal gerade, ob ich den Strohhaufen da unten auch wegkriege, weil der nervt mich schon ein bisschen, schon ein paar Tage. Das ist doch schön, dass er dich nervt. Äh, haben wir eigentlich meinen Fastrap-Ballen-Dings da mit drauf? Nö. Bist du dir sicher? Ja, bin mir sicher. Glaube ich nicht. Doch, ich bin mir sicher. Ähm, Ballentechnik. Naja, hat er mal wieder kein Rest. Ähm. Ähm. Das musst du dir einfach wegkriegen. Das ist, äh, Fake. Wo muss denn das Stroh hin? Kannst du mal gucken, bitte? Äh, Kühe. Die Kühe auch, aber wir brauchen Geld für die Sennmaschinen. Äh, ich gucke gerne für mich, mein Schnuckel. Äh, ich gucke gerne für die Sennmaschinen. Okay. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Ich habe extra ein Handtuch auf meinem Stuhl. Weil der hat so eine Leder-Applikation. Damit es nicht klebt. Jetzt klebt das Handtuch an mir. Ey, ist so eklig heute. Wenn ihr zurückschaut, äh, wir sind gerade Mittwoch, letzter Woche bei der Aufnahmesession. Und die haben bei uns, also da wo ich bin, heute knapp 40 Grad angesagt. In der Psychiatrie. Über 40. Du musst nicht immer sagen, dass du in der Psychiatrie sitzt. Nee. In der Psychiatrie ist es 40 Grad. Nee, da ist bestimmt klimatisiert. Da könnten wir mal hingehen. Dann denken die noch, wir sind bescheuert, dass wir freiwillig in die Klapse gehen. Ich habe nicht mal Bock, Cabrio zu fahren, Alter. Gestern schon nicht. Ich bin gestern eine Stunde gefahren, aber mit geschlossenem Dach, weil die Sonne die pretzelt so drauf. Also, letzte Woche, Dienstag. Die Sonne pretzelt so drauf, da gehst du, hops. Kann nicht sein. Hm? Kann nicht sein, sagte ich. Doch. Also ich hatte schon mal, da bin ich vom Bodensee nach Hause gefahren. Mhm. Ähm, das war vor vier oder fünf Jahren. Mhm. Ich bin unten gestartet mit offenem Dach und habe nach, ich glaube 50 Kilometer habe ich das Dach zugemacht, weil mein Schädel so gebrannt hat. durch die Sonne. Durch die Sonne. Okay. Also, ab einer gewissen Temperatur ist Cabrio fahren nicht mehr schön, Leute. So, eh eine Ladung noch, dann haben wir das Geld zusammen. Ich, äh, wüsst man. Wir könnten dann aber schon mal Raps anpflanzen eigentlich. Ähm, könntest du vielleicht mal, äh, beim Hof vorbeifahren? Nun, warum? Das ist ein kleines Problem. Ja, sag an was. Ich bin ungefähr mit dem, äh, mit dem Käsefrand. Dann soll ich dich aufrichten, oder was? Ja, klar. Allein komme ich jetzt gerade nicht mehr höhe. Ja, Momentchen. Hat der Messer ja keinen Fronthalter? Haaa. Zumindest sind die Brandbürte dran. Das ist sinnvoll. Wobei ich gar nicht verstehe, wie du mit dem kleinen Ding hier umfallen kannst. Ich bin zu schnell um die Kurve, das ist um das Gewicht. Weißt du, wie schwer der Käse ist? Ich mein, den Drescher konnte er ausmachen. Wo bist du denn? Hier, bitteschön. Ja, genau. Steig mal aus. Ne, dann steck dich im Boden. Brauch nicht. Das ist ja auch ein Screenshot. Nein, ich lass, man hält schon und macht es. Achtung. Ich will Screenshot. Ja, dann mach Screenshot. Jo. Ja, das war zu langsam. Ne, ich könnte auch einfach den Frontlader nehmen, ne? Aber ist ja so viel witziger. Kriegst du den nicht hoch, ey? Ne. Ähm, warte mal. Hier, ich nehme den kleinen Frontlader. Sie hat diese Technik gesehen. Oh, danke. Mach 10,50. 10,50. Jo, bitte. Kannst du nur Fahr machen? Kann ich auch einfach da rein? Gib mir mal FM. Du sollst keinen Kibbis machen. Schaff was. Gib mal FM. Nein, du schaff jetzt was. Gib mal FM. Das Einzige, was du kriegst, ist eine Kündigung. Ey. Bitte. Danke, nein. Jetzt aber. Jetzt bin ich hier wieder im Hof. Im richtigen. Dann müssen wir halt noch ein paar Mal hin und her fahren mit dem Stroh hier. Der Preis muss steigen für den Käse, den Käse, den Käse. Der Preis muss steigen für den Käse, den Käse. Ich hatte gerade so einen Zungen im Ohr. Das war sehr unangenehm. Ey, du machst mich schon wieder. Soll ich Eier in den Hofladen packen oder noch nicht? Weißt du der Preis? 6.000 steigend. Jo. Letztend haben wir für 5,5 verkauft. Hm? Zuletzt hat man für 5,5 verkauft. Das ist richtig. Also 5,6. Naja, nicht so. 5,5,5. Ich glaube. So. Ähm. Nein. Du kannst dich schon mal auf den Weg zum Händler machen. Warum? Für die Sämaschine. Och, nee. Doch, Arbeit. Ey, das steht mir jetzt so gar nicht. Das steht dir nicht. Nee. Arbeiten ist, äh, was für faule Leute. Total. Äh. Nun, was ist dein Traumberuf? Nun ja, ich will bei Hartz IV angestellt sein, ne? Das ist ne große Firma. Ja. Die größte in Deutschland. Ja. Ja. Ist halt wirklich so, gell? Leider. Ne, und dafür warst du auf der Schule? Jo, aber nur bis zur 9. Klasse. Dann bin ich gegangen. Ich hatte keinen Bock mehr. Ich hatte einfach keinen Bock mehr als Schule. Wozu braucht man sowas überhaupt? Ich hab mich nur versteckt. Oh, Mästeigeland. Ich hab mich versteckt. Ähm. Warte, 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 warte. Wie viel Mist haben wir denn? Keine Ahnung. Ich hau. 2.700. Mählich haben wir auch. Ähm, 2.765. Ähm, dam dam dam. Weil dann könnten wir mal überlegen, ob wir... Ne. Ähm. Ja, aber das können wir nächste Folge dann machen. Ne. Sondern. Doch, dann müsstest du nochmal hochfahren. Ja, kannst du machen. Ja, kann ich auch machen. Kannst du weiter Stroh aussammeln in der nächsten Folge. Ne, ich muss, ähm, Milch machen. Nun bist du der Gäserrei, Mensch. Jo, ich bin der Käse. Ey, ich muss aufhören mit diesem Kack probieren, sexisch zu reden. Das ist so ein Blödsinn. Du kannst es einfach nicht. 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 Natürlich auch nicht. Na klar, ich kann es doch verliehen. Ja, ja. Ich bin in Soxen geboren, also es rauch man nicht. Kannst du das? Nee. Aber ich bin aus Soxen. Ja, klar. Wird aber nicht so geboren. Sondern in Soxen-Anhalt, weißt du? Glaubt es nicht. Kann nicht sein. Ich bin doch nicht aus Soxen-Anhalt. Soll ich doch. Psst. Oh, scheiße. Ich konnte mich gerade noch brechen Minuten, weil ich nicht so wusste. Der Preis für die Sämaschine ist eingefahren. Mhm. Oder was kosten die? Ach, die Horstädze. Die neuen kostet 100 irgendwas, gell? 106 oder 104. Lass doch auf die sparen. Die ist viel besser. Ja, vor allem hat die halt 9 Meter. Ja, wenn wir den Weizen verkaufen, dann haben wir das auf jeden Fall drin. Da bin ich mir nicht so sicher. Klar, wir haben 50k Weizen. Für einen Preis von, ja, 600 gerade. Ja, das ist total beschissen, der Preis. Ne, das sinkt halt. Vorhin war ich noch bei 700. Das ist richtig. Alter, ich fahre hier einmal lang und der Anhänger ist voll. Willst du mich vor allem? Mhm. Ich bin wirklich eine Bahn gefahren und Anhänger ist voll. Ja, dann warte mal mit der Sämaschine. Wobei, wir müssen das andere Feld auch kalken, gell? Das kleine. Kalkstreuer haben wir keinen, gell? Mhm. Mhm. Sitzt du gerade auf dem Klo, oder was? Nein. Also du würdest sparen? Ja. Ja, wenn es heute einen guten Weizenpreis gibt, dann. Oder wir ballern noch ein paar Bäume rum. Ich mach das. Warum ich immer? Du kannst das auch. Du hast doch letztes, vor einer Woche von mir gelernt, wie das geht. Was? Wo links und rechts ist. Ah, ähm, ja stimmt. Links ist rechts und rechts ist links. Obwohl mir so erklärt. Mhm. So ungefähr. Haben wir im Strohlager noch Platz? Ja, klar. Dann fahre ich den Rest. Ja, wobei. Wir bauen das Geld. Oh, da steht ja noch. Das Wasser passt. Wann haben wir eigentlich diesen kleinen Schubmäcker gekauft? Äh. Ich glaub, der war, nee, der war nicht Standard. Äh, keine Ahnung. 20k für 1k mehr Laderäume ausgeben. Mhm. Völlig behämmert. Lass uns doch, äh, den verkaufen und dann den Fendt kaufen. Den Fendt. Den, ja. Dann wird's aber nix mit ner Sämmaschine. Ja, dann, egal. Wir können ja noch nix mit ner Sämmaschine. Also, ich tausche mit dem Fendt. Gegen den Fendt, wirklich. Wollte ich machen. Ja, was hat der? 42.000, ja? Mhm. Das sind... 8.000, ja. Ja, warte, äh, bevor du das dann... Kauf... 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 Häufeln... Ne? Wäschung. Ähm, ich hab nen Ladewagen gefunden, der ist, äh... Auch ein Fendt, aber das ist nicht der 75XL, sondern der 100XL. Der hat, glaub ich, 54.000 Ladegegen. Ja, und Preis 2 Euro, oder wie? Ne. Der ist halt wirklich so gut. Okay, ist ja wurscht. Hast du schon gesagt, du soll den hier verkaufen. Also, ich bin fertig mit Dreschen, und du? Du bist fertig mit Dreschen, das bist du schon lang, ja, ist richtig. Hm? So, wir kriegen für den Shootmaker, kriegen wir noch 1.000... Äh, 81.886. Das ist schon viel Geld, ne? Von dem her könnten wir jetzt auch... Warte mal. Na, bevor du den kaufst, dann würde ich... ...erst mal einen mieten. Warum? Weil der ist wirklich gut, der, ähm... ...der Fendt 100XL. Verstanden. Ich kauf einen neuen. Ja, dann... ...können wir in 5 Folgen wieder einen neuen kaufen. Nee. Na gut, in 4. Nee, auch nicht. Na gut, in 3. Nee. In 2. Auch nicht, nie wieder. Äh, in einer. Nie wieder. Jetzt. Ja, jetzt hab ich ihn gekauft. Gestern. Wir brauchen nie wieder ihn. Gestern. Nee, morgens. So, warte. Ich komm mal rüber zu dir. Ich soll aufhören mit dem Scheiß. Verdammt. Ich komm mal rüber zu dir. Der machte Augen. Was arbeitest du denn schon wieder? Ich bin bei den Schaffen. Ach, stimmt. Da waren die Palette fertig. Ja, oder 2 sogar. Fast 2. Haben die eigentlich noch Gras? Ja, klar. Haben wir noch genug. Alter, ich brauch den... ...brauch, glaub ich, den Masai hier. Ja, ist halt stärker, ne? Ja, aber nicht viel. 40 PS. 40 PS, 40 PS. Hier, guck mal. Also, das ist die noch gar nicht. Gut. Ja, hier ist ein Fenster. Siehste? Ah, du hast direkt... Aha. Genau. So, deshalb habe ich gesagt, nie wieder brauchen wir einen neuen. Ja, dann. Hat gerade zugereicht. So, Leute. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und das ist ein bisschen anders wie immer. Und? Bis übermorgen. Bis morgen. Haut rein. Ciao. Tschüss.